Moin Leute, was geht ab? Euer Holyghost wieder am Start. Eine Folge von Rocket League hatten wir auch schon lange nicht mehr. Jetzt ist der neue Modus raus, Dropshot. Ich habe ihn schon gespielt, er ist mega geil. Es leckt zwar ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber egal. Hier könnt ihr nochmal kurz sehen, die Felgen, die ich bekommen habe, die habe ich auch im blauen bekommen. Ich war leider nicht so hoch gerankt dieses Mal, weil ich nicht oft gezockt habe. Aber nicht so schlimm. Neue Season ist da. Also, dieses Mal kriegen wir was besseres. So, ich suche jetzt eine Runde Dropshot. Ich erkläre euch das Spiel. Sorry. Und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also, der Modus ist geil. Ihr müsst den Floor kaputt machen, sagen wir mal so. Wenn ihr den Ball einmal trifft, macht ihr Minimalschaden, das heißt, ihr habt 10 Punkte plus. Berührt ihr den Ball zweimal, wird der Ball blau, hat man gerade kurz gesehen, dann macht ihr einen Megaschaden. So, die Boost-Anzeige, hier gibt es keinen Boost. Der Boost, der lädt sich nach einer Zeit wieder auf. So, hier geht es schon her. So, ich habe den Ball einmal berührt. Okay, ihr seht, ihr seht, jetzt ist er orange. Das heißt, der range-team hat ihn zweimal berührt. Jetzt haben wir hier den, wie ihr seht, wo ich gerade bin. Der Boden ist kaputt. Wenn ihr den zweimal berührt, dann geht der ganz kaputt und dann müsst ihr ihn dann reinschießen. Das heißt, das wäre dann ein Tor. Und wie ihr seht, es leckt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich spielen es gerade zu viel. So, ich habe den Ball berührt. Nein, habe ich nicht. Mit dem Leck. Alles klar. Und es gibt ja neue Errungenschaften. Natürlich bin ich da wieder auf unterwegs mit den neuen Errungenschaften. Die will ich natürlich auch haben. So, bei uns ist das erste kaputte Feld. Das ist nicht gut. So, jetzt ist er blau. Komm, schmeiß ihn rüber. Jetzt schmeiß ihn doch rüber. Komm schon. Also, es ist sehr interessant. Auch die Boos-Anzeige. Ah, sehr schön. Jetzt rüber da mitkommen. Oh, doch. Oh, shit. Der jetzt hat er mega Schaden gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Eine Errungenschaft habe ich schon. Die war ganz easy. Ich muss einfach die Karten-Maps auswählen. Liken, nicht liken. Das war schon die erste. Easy, easy. So, das heißt natürlich, es gibt noch mehr. Die will ich natürlich alle haben, wie immer. Komm jetzt rüber damit. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schieße das eigene Tor. Ja, wie noch mal fünf Minuten wieder. Oh man, Leute. Und ich verstehe nicht, warum es leckt. Es nervt gerade ein bisschen. Komm, 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 komm. Nein, was machst du? Oh, der kommt, der kommt. Oh, shit. Verfehlt. Okay, egal. Ja, was macht ihr denn da? Ja, nice. Und rein mit und rein damit. Oh, schade. Also hier müsst ihr auch fliegen können. Also es wäre viel, viel besser, wenn ihr fliegen könnt. Dann habt den Vorteil. Natürlich, ja, mit den scheiß Legs, Alter. Oh, glanzparade, nice. Komm, jetzt. Ah, der war zu schnell. Der war zu schnell unterwegs. Schön. Schön. Großer Schaden. Nein, der geht genau rein. Nein, oh, safe. Er hat gespftet, der Jünger. Nice. Oh, nice. Ah, verfehlt scheiße. Ja, also ich mag den Modus sehr. Ist sehr spannend. Oh, nice. Da ist das erste Tor. Sehr schön, das erste Tor. Ist da. Passt. Ja, ich hab den Kopfhörer jetzt ein bisschen behindert auch, aber ich, weil ich mit diesem Kopfhörer halt nichts höre. Ich darf leider nicht zu laut sein. Es ist nämlich schon, wie viel Uhr haben wir? Ja, 0 Uhr 30. Wenn ich zu laut bin, kommt der Nachbar wieder. Und da, da wollen wir keinen Stress haben. Ich hab verfehlt. Oh mein Gott, safe. Er kriegt kein Safe. Oh mein Gott, er kriegt kein Safe. Komm schon. Ja, den hätte ich bekommen können. Oh Mann, ey. Ich verstehe nicht, warum es bei jedem Ding geleckt. Das, ich weiß nicht warum. Jetzt komm. Oh mein Gott, weg damit. Weg damit. Nein. Oh nein, er holt ihn selbst raus. Oh mein Gott. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Oh Leute, nein. Okay, nice. Wir haben ihn auch immer. Ja, schön, schön, schön. Ja, Damage. Geil. Ja, komm, komm her. Jawohl, wir haben Schaden. Oh, ich hab Schaden gemacht, Leute. Um es zu wissen. Ah, fuck. Jo, okay. Nice, nice, nice. So weitermachen. Immer am besten ist es natürlich immer auf dieselben Stellen zu schießen, so dass ihr dann die Möglichkeit habt, mehr Schaden zu machen und natürlich den Floor direkt kaputt zu machen. Oh, was macht das da? Ja, nice. Siehst du, das ganze Ding ist gerade weggegangen. Easy. Oh, oh, den kriegt er. Oh, wer ist dagegen mich gefahren, Alter? Ja, Wolli-Treffer blau und oh, und kriegt er die? Ja, sehr schön, sehr schön. Natürlich, Teamarbeit ist hier auch gefordert. Nice, da haben wir sehr viel Schaden gemacht. Gleich haben wir das ganze Ding hier offen. Dann müsst ihr aber, jawohl, EasyTower 2-0. Sehr schön. Ja, also es gefällt mir, es gibt natürlich auch wieder neue Items. Und die Ostereitems gibt es natürlich auch noch. Ich habe schon vorher so einen Osterkorb bekommen. Ja, und ich glaube, die Osterhasen-Uhren, die sehen nicht voll nice aus. Oh, ich habe den Startspiel falsch gemacht, egal. Ähm, was gibt es noch? Ja, es gibt eine neue Crate. Und anscheinend sollte es ein neues Auto geben. Da habe ich mich aber jetzt noch nicht informiert. Das mache ich aber auch noch. Hopp weg damit. Ja, super. Oh nein, oh Mann, ich fahre komplett vorbei. Oh, scheiße. Naja, es gibt eine Errungenschaft, die heißt, ihr müsst zum Null gewinnen. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Leider. Schade, schade. Und los geht's. Ja, der Start, den müssen wir nochmal üben. Nein, jetzt ist da wieder alles kaputt. Gut, Mann. Äh, ja, sehr schön. Heu weg. Sehr schön, die Arbeit hier. Ja, da fiel ich noch zu dritt hin. Sehr schön geworden. 2-1 geworden. Geil, wir sind dritter Platz. Ich habe anscheinend nichts gemacht. Habe ich euch null Punkte. Oh, die Rose, die haben wir noch schon. Ja, moin, ich habe 210 Punkte. Oh, ich habe eine Rettung, aber... naja, lass mal Revanche machen. Spiel mir noch ein Spiel. Komm schon, ich will irgendeine Errungenschaft machen. Geh mal kurz hier gucken. Oder habe ich das jetzt schon geschlossen? Meine Maus spinnt wieder rum. Ja, moin. Okay, dann eben nicht. Ah, diese scheiß USB-Ports, Alter. Komm, jetzt ein Bot rein, ist doch scheißegal jetzt. Ja, also, ich will auch nächstes Mal wieder Videos hochladen. Mit der Crew natürlich, weil jetzt kann man hier neu leveln. Das heißt, wir werden da wieder zusammenspielen und hoffentlich, natürlich, geil gelevelt werden und so. Wenn wir zuverarbeiten, hoffentlich diesmal mehr als herausfordernd. Oh, den Safe. Oh, kommt die Crew nochmal? Ah, dann nur die Cloud. Ah, schade. Ja, also, dann werden auch mehrere Videos von Rocket League kommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Das ist natürlich voll nice. Ich nehme auch sehr gerne mit der Crew auf. Beste Crew ever. Rocket League Crew. Oh, und, und. Ah, berühre den doch nicht. Ah. Aber vielleicht auch noch ein paar Dropshops-Videos. Und natürlich wollen wir auch die Rocket League Rumble Episoden weiterführen. Klausurenphase ist jetzt vorbei. Das heißt, die meisten Leute haben wieder Zeit. Puh, nice. Das heißt, ja, aber ich habe da auch voll Bock drauf. Die, meine Crew hat auch Bock drauf. Und, ja. Ich freue mich drauf. Das wird wieder lustig. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Oh, Befreiungsschlag. Was? Befreiungsschlag, Alter. Das war voll der Safe. Ey, ich habe Schaden gemacht. Oh. Oh, shit. Ey, wieso? Oh, ihr könnt ein Loch werden? Nein, doch nicht. Hey, jetzt lass uns doch mal den Berühren. Oh, scheiße, was du bist. Du bist du denn? Ich hab' mich gewusst. Äh, die hab' gebußt. Also klar, das sind die Berührung, die sich so gut eingepasst, Mann. ich bin er schaden ich habe die 60 plus um die konnte den bitte reingehen immer noch blauen er hat ihn berührt okay los geht's auch der starte ich weiß nicht wie ich den Start am besten machen könnt wenn ihr Bock habt könnt ihr mir in die Kommentare schreiben wie man den Start am besten macht das würde mir helfen weil ich verkack den Start anscheinend hier bei Dropshot die ganze Zeit immer oh nice, oh nice, oh yeah, der war nice er hat den Schaden man muss also irgendwie berechnen hier, das ist ja wirklich oh, oh, schade, oh, das wäre ein schöner schönes Tor gewesen oh nice, der geht, der geht, komm, komm, bring ihn fuck 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 nie, die sie gehen 100 5 2 erletterattelsen im吉 ache人 Kräusters doch an Fliegen und alles wird da auch zum Fliegen und so zum Lernen ist das Sauna ist Nein doch nicht in unsere Seite vor Nein bitte nicht ich bin fast selbst reingemacht Leute kann doch nicht wahr sein es ist wirklich schwer darum gefällt mir den Modus auch sehr so jetzt aber Leute holt ihn oh knappe Sachen Rolle Treffer Schaden gemacht wir haben den ganzen Boden jetzt da kaputt das heißt da könnte was draus werden komm nice yes nice sehr schön da war auch der Double Ball ah ja die hat sogar noch berührt aber hat nichts gebracht leider ja ja so versuchen wir den Start nochmal mal gucken oh der hat das geleckt oh nice was mich gerade nervt hier in dem Modus ist dass es guckt seht ihr es leckt permanent ich weiß nicht warum das so ist ob das ein Bug ist von Rocket League weil ich habe eine Bomben Internetleitung also schon mal dazu kann es nicht daran legen dass es bei mir rumleckt das kann nicht sein also muss das also muss das irgendwas an Rocket League sein das keine Ahnung weil das ist ja auch seit gestern ist es da oder ich weiß nicht für Europa kommt es ja immer später raus da sitzt man dann am 22. März vor dem PC und wartet und wartet und es kommt nicht und es kommt nicht dann ist es erst nächsten Tag da man kennt Rocket League super wir haben nichts kaputt hier fahr oh nein jetzt geht das auch noch in die Verlängerung ja nice hatte ich auch noch nicht ja 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 doch was machen wir denn da was ist das das ist doch null oh mein Gott hmm naja was solls es macht richtig viel Spaß das muss ich Rocket League lassen das war wieder ein mega nicer Einfall nur das mit dem Bug da mit dem Leggy und so das müssen die nochmal beheben das wäre sehr sehr nice wenn die das beheben könnten aber sonst ja so was haben wir bekommen wir haben natürlich nichts bekommen schade aber egal also wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben lasst ein Abo da würde mich freuen ja wenn ihr Tipps hat für mich beim Start könnt ihr mir gerne helfen ich freue mich sehr drauf also wenn mir das jemand erklären kann wie man am besten hinfliegt wäre nice und ja wir sehen uns dann beim nächsten Mal wie schon gesagt es werden mehr Folgen von Rocket League Rumble kommen sowieso bester Modus und ähm ja wir müssen nur gucken dass die Crew dann auch Zeit hat und so weil eine nehme ich es nicht auf ist ein bisschen blöd und äh Dropshot wollte ich eigentlich auch aufnehmen aber es hatte leider keine Zeit und ähm es werden auch Videos mit Dropshot kommen das ist klar keine Frage Rocket League beste und natürlich hier Rank Modus und alles weil jetzt neue Liga äh Season da ist wird da sein die neuen Crates werden natürlich auch geöffnet werden und hoffen darauf hoffen und also dass was Gutes rauskommt natürlich und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein meine Freunde ciao 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 Vielen Dank.